Finde in diesem Video heraus, welche Kettensäge die beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Die Stihl MSA60CB. Diese Kettensäge ist ein hochmodernes Modell aus dem Jahr 2023, das sich durch seine innovative Technologie und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Diese Akkukettensäge ist Teil des AK Akkusystems von Makita, was bedeutet, dass sie mit verschiedenen Akkus von 2, 3 bis 5 Amperestunden kompatibel ist, was eine flexible Nutzung ermöglicht. Ein herausragendes Merkmal dieser Säge ist die 30 cm lange Schneidgarnitur, ausgestattet mit einer speziellen Pico-Mikrosägekette. Diese Kette ist besonders feinzahnig, was zu einer deutlich reduzierten Rückschlag- und Vibrationsneigung führt. Zudem ermöglicht die schmale Schnittfuge eine außergewöhnlich hohe Schnittleistung. Die Handhabung ist besonders komfortabel. Der Bedienhebel erlaubt eine stufenlose Einstellung der Drehzahl des Akkumotors, was eine präzise Anpassung an unterschiedliche Schneidaufgaben ermöglicht. Das Modell, das mit einem 36-Volt-Akku betrieben wird, erreicht eine beeindruckende Kettengeschwindigkeit von 8 m pro Sekunde. Das geringe Gewicht von unter 3 kg ohne Akku macht die Arbeit mit dieser Säge besonders angenehm. Weitere benutzerfreundliche Features sind der transparente Öltank, die werkzeuglose Kettenschnellspannung und der gummierte Softgrip mit ergonomischem Hebel. Der EC-Motor ist nicht nur wartungsarm, sondern auch effizient und langlebig, was die Investition in diese Säge besonders lohnenswert macht. Die Bosch Advanced Chain 36 Volt Die Bosch ist eine leistungsstarke Akkukettensäge, die sich ideal für anspruchsvolle Schneidarbeiten eignet. Mit einer Schwertlänge von 35 cm und dem Betrieb durch leistungsstarke 36-Volt-Akkus ist sie besonders für das Schneiden von hartem Holz geeignet. Die Kettensäge erreicht eine beeindruckende Geschwindigkeit von bis zu 14 m pro Sekunde, fast doppelt so viel wie einige Konkurrenzmodelle. Trotz des relativ geringen Gewichts von unter 4,5 kg inklusive Akku bietet sie eine ausgezeichnete Handhabung und Kontrolle. Ein besonderes Merkmal dieser Säge ist die OptiCAD-Technologie, die Drehmoment und Geschwindigkeit während des Schneidens automatisch anpasst, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Leistung kann zudem individuell über eine Drehzahlregulierung am Griff eingestellt werden. Die Säge ist mit einem praktischen Zweihandgriff mit einem Handschutz ausgestattet, was längere Arbeitszeiten ohne Ermüdung ermöglicht. Im Lieferumfang enthalten sind ein 2 Ampere-Stunden-Akku, ein Schnellladegerät, ein Kettenschutz, eine 50 ml Starterölflasche von Bosch und eine Spannhilfe. Die werkzeuglose Schnellspannung der Kette und die Akku-LED-Anzeige, die den Ladezustand anzeigt, machen die Nutzung dieser Säge besonders komfortabel. Die Makita Duke 355 PT2 Die Makita 355 ist eine leistungsstarke und vielseitige Akku-Kettensäge, die sich durch ihre hohe Schnittleistung und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Sie wird mit zwei 18-Volt-Akkus betrieben, was eine Gesamtspannung von 36 Volt ergibt und somit eine hohe Leistungsfähigkeit gewährleistet. Die Säge erreicht eine beeindruckende Kettengeschwindigkeit von bis zu 20 m pro Sekunde und ist damit eine der leistungsstärksten Sägen in ihrer Kategorie. Sie hat eine Kettenlänge von 35 cm, was sie sowohl handlich als auch effizient für eine Vielzahl von Schneidaufgaben macht. Ihr ausgewogenes Design sorgt für eine gute Handhabung, während die zentral platzierten Akkus ein gutes Gegengewicht bieten und so die Balance der Säge verbessern. Der große ergonomische Ersthandgriff und der individuell verstellbare Zweithandgriff ermöglichen eine komfortable und sichere Handhabung in verschiedenen Arbeitspositionen und über längere Zeiträume. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie der Batterieschutzschalter, der vor Überhitzung, Überlastung und Tiefenentladung schützt, sowie die elektrische Ketten- und Rückschlagbremse erhöhen die Sicherheit bei der Verwendung. Die Säge verfügt außerdem über eine variable Geschwindigkeitseinstellung und einen Festschalter für konstante Geschwindigkeit. Der 200 ml Öltank sorgt für eine ausreichende Schmierung der Kette über längere Zeiträume und die automatische Kettenschmierung nimmt dem Benutzer viel Arbeit bei der Kettenpflege ab. Mit ihrem kompakten Design und der hohen Leistung ist die Makita Duke 355 eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Schneidarbeiten. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt.